Es ist Sonntag, 8. Oktober, 10 Grad bewölkt und wir haben jetzt genau 10 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Freiheit! Geil, Alter! Kein Bock mehr auf den Scheiß, aber es war richtig geil. Herausforderung geschafft. Wir haben 36 Stunden erfolgreich hier auf diesem Baum überlebt. So, Herr Goldmann ist unten. Ich bin noch nicht unten. Ich muss erst mal, genau. Ich muss mich dazu vorbereiten, dass wir runterzukommen. Du musst gleich unbedingt das Gefühl beschreiben, wie es ist, wieder Boden unter den Füßen zu haben. Das fühlt sich super ungewohnt an. Jetzt geht es runter, nach so langer Zeit. Jetzt mittlerweile schon 10.19 Uhr. Ich habe 19 Minuten dafür gebraucht, diesen Scheiß Seil abzumachen. Und jetzt kann ich endlich runter. Das fühlt sich aber komisch an. Super komisch, ne? Wie beschreibt das Gefühl, Alter? Äh, so unbaumartig.